Liebe Mitglieder der Universität Freiburg, es ist nun fast ein Jahr her, dass das Coronavirus an unserer Universität angekommen ist. Was viele damals befürchtet haben, ist leider eingetreten. Es wird kein schnelles Ende der Pandemie geben. Inzwischen blicken wir auf zwei digitale Semester zurück und wir befinden uns weiterhin im Lockdown. Wie es weitergeht, ist derzeit unklar. Von der Politik sind wir in den vergangenen Monaten immer wieder aufgefordert worden, uns an die Maßnahmen und Hygieneregeln zu halten. Auch ist uns viel gedankt worden, für die Rücksicht, die wir aufeinander nehmen, für das Verständnis, das wir für die Schutzmaßnahmen aufbringen, für den Einsatz, den wir in der Krise zeigen. Aber inzwischen ist mein Eindruck, dass viele von uns müde sind. So gut die Appelle und die Danksworte gemeint sein mögen, man will sie nicht mehr hören. Warum also spreche ich heute als Rektorin unserer Universität trotzdem zu Ihnen? Die Antwort ist, weil es auch nach fast einem Jahr Leben mit der Pandemie nicht selbstverständlich ist, dass wir als Universitätsgemeinschaft so gut mit dieser Herausforderung umgehen. Weil mir bewusst ist, dass Sie Tag für Tag Entbehrungen auf sich nehmen müssen. Weil ich selbst weiß, wie es ist, was es bedeutet, andere Menschen fast nur noch auf dem Bildschirm zu sehen. Wir haben alle hervorragend durchgehalten und nur deshalb ist es uns gelungen, einen größeren Corona-Ausbruch an unserer Universität bisher zu vermeiden. Darauf können wir stolz sein. Das ist unser Verdienst und unser maßgeblicher Beitrag zur Eindämmung der Infektionszahlen. Das sollten wir nicht vergessen. Es ist mir persönlich wichtig, Ihnen allen dafür noch einmal meinen größten Dank entgegenzubringen. Auch wenn Sie das vielleicht nicht mehr hören können. Was ich darüber hinaus als Rektorin für Sie tun kann, ist leider begrenzt. Ich versichere Ihnen aber, wir werden seitens des Rektorates auch weiterhin intensiv daran arbeiten, neue Vorgaben von Bund und Land so schnell wie möglich umzusetzen. Wir werden auch weiterhin darauf achten, dass wir die besten Lösungen für Sie alle finden, die wir ermöglichen können. Und nicht zuletzt möchte ich Ihnen Mut machen. Die Grundlagenforschung an Universitäten hat die Basis für die Entwicklung von Impfstoffen gelegt. Unser Impfzentrum in Freiburg hat vor einigen Wochen die Arbeit aufgenommen. Wie lange uns die Pandemie noch im Griff hat, kann niemand vorhersagen. Aber so viel steht für mich fest. Wir werden sie überstehen. Und wenn wir jetzt nicht aufgeben, dann wird auch ein Ende der restriktiven Maßnahmen in Sicht kommen. Schon in wenigen Wochen wird das Sommersemester beginnen. Ich hoffe darauf, dass bis dahin wieder einige Lockerungen möglich sein werden. Vielleicht mit hybriden Seminaren oder mit einer Teilöffnung der Bibliotheken. Wir werden Sie auf jeden Fall weiterhin so schnell wie möglich darüber informieren bzw. uns mit Ihnen austauschen, wie es im Sommersemester weitergehen wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen trotz allem eine schöne und erholsame vorlesungsfreie Zeit. Bleiben Sie gesund!